Ja, und damit willkommen zurück zur Baldur's Gate 3. Ja, die letzte Episode war ja doch ziemlich aufregend. Und wir haben jetzt endlich Zugang zum Tempel. Und da glaube ich, wird es ganz schön krachen. Und da werden wir jetzt auch hingehen. Lager verlassen. Oh, und wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe? Ich wollte die Schriftrollen verteilen. Dann muss ich vielleicht doch nochmal ganz kurz Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin so ein Tollpatsch. Und schon bin ich wieder da. Ich habe das mal schnell aufgeteilt. Ich habe meine Vorbereitung. Okay, wir müssen in die Unterstadt ruinen. Mal schauen, wo wir da jetzt... Oh. Da wären wir ja eh gerade richtig. Na dann, schauen wir mal hier rein. Ich habe es mal jetzt ein bisschen spektakulärer. vollstellt. Wetten, dass hier nicht allein ist. Houston. Ach, wieder ein Haufen Dolche. Hier ist ganz viel nix. Möchte ich jetzt schon mal speichern? Ja, ich glaube, ich möchte. Gut. Wir sagen mal hallo. Schön, dass das fehlgeschlagen ist. Nein, was ist denn jetzt... Hä? Von wo? Hä? Ach, von da. Das ist ja schön. Ähm... Wir hatten ja, glaube ich, nix mit... Massen-Ding, ne? Ich komme hier nicht mehr rüber, ne? Wege ist unterbrochen. Äh, so vielleicht? Unverletzlich Heiligtum. Shit. Ähm... Ähm... Hm... Was? Nochmal. Ja... Mörder in Trance. Wie? Heißt, wir müssten hier eigentlich irgendwie weg. Ferntöter. Schnitterin. Wo ist denn dieser Ferntöter? Wollen wir mal versuchen. Das ist er hier. Stufe 11 Geist. Ja, von euch ist der Schnitter. Schnitter. Du bist der Ferntöter. Hm... Sieh, das ist zu weit entfernt. Ah, das ist doch scheiße. Warte mal. Wie sitzt denn aus mit Fliegen? Schattenmantel. Hm... Flüche werden wir da jetzt auch nix bringen. Flammenschlag. Flammenschlag. Das war überraschend effektiv. Ja... Weiter komme ich halt nicht. Zugerden. Fluch brechen. Flammenschlag. Ich komme da hin. Zieh, das blockiert. Ich müsste halt da irgendwie hinlaufen, ne? Wie sieht es denn aus, wenn ich hier sage Spurten? Oh, ich komme da ziemlich weit. Oh. Wo sind die alle? Hä, wo sind die alle? Gut, wir bleiben mal hier unten. Ach, da oben. Toll. Diese Hinter... Ach, da oben sind ja auch noch mehr. Also noch hinterhändiger geht's doch nicht. Ja, geil. Warum ist sie jetzt wieder dran? Ähm... Die brauchen eigentlich Massenschaden. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Was macht man? Frucht ist ein Auto. Warte mal, gegen ihn geht's ja nicht, ne? Ich bin noch zu weit weg. Sie ist zu weit entfernt. Ja, geil. Ähm... Ähm... Unsichtbarkeit... Buchbrechen... Steinhaut. Ist eigentlich gar nicht mehr so doof. Wir gehen jetzt mal hier raus. Wo soll ich das machen? Halber Schaden nur. Andererseits. Na, der hat ja doch eine Magierösung. Geil. Naja, fast damit gerechnet, dass es schief geht. Hm, 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 hm. Sechs Schaden nur. Hm, hm. War klar. Hm, hm, hm. Was kann mir schönes Gedanken wahrnehmen? Kältestrahl. Warte, mein Gott ist doch fliegen, ne? Keine Selbstgefähigkeit zu fliegen. Keine Selbstgefähigkeit zu fliegen. Ja. Können wir... Wir laufen das jetzt mit dem Fliegen. Springen. Unsichtbarkeit. Spurten. Hilfe. Kann ich denn jetzt fliegen? Bin ich jetzt doof? Wie kann ich fliegen? An so einer Zielposition fliegen. Also wir machen jetzt erstmal Spurten. Fand ich da irgendwie... Zielpunkt ist nicht erreichbar. Ah, das ist doch jetzt nicht wahr. Nicht erreichbar, nicht erreichbar. Mach weg. Ja, komm, runter. Ja, wow, so wär's gegangen. Nicht genügend Bewegungsrate. 18 Meter. Ah, scheiße. Ich hab kein Beweg... Nee, nicht im Ernst, oder? Äh... Ich erreiche dich auch von hier noch nicht. Ziel ist zu weit entfernt. Äh... Ziel ist zu weit entfernt. Ja, komm. Immerhin. So. Er ist dran, der Kollege. Boah, endlich wir. Wie viel hast du? Wie viel hast du? Ah, Ziel ist zu weit entfernt. Das gibt's nicht. Wie weit kann ich da vor? mit Haste. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nicht mal den... Naja, gut. Ah... Wie kommst du da... Warte mal, ich krieg ja nicht geklatscht, wenn ich da vorbeigehe, oder? Warte mal. Oh. Auch hat das Modus... Halt immer noch... Fünf noch. Was muss ich machen, damit du da hier hochkommst? Naja... Das wird nix. Aber eigentlich sollte... Ja, nicht mein Fokus sein. Glaub ich werde da einmal durch müssen. Ja, toll. So, fliegen. Na, wie weit geht's? So, bis hierhin. So... Kriegen wir dich jetzt da oben? Zu weit entfernt. Alter, ernst jetzt? Ah... Kriege ich dich? Nee, zu weit entfernt. Nee, zu weit entfernt. Fischock! Yes! Schön. Auf ihn bitte. Danke mir ganz Kamera, dass du da so toll bist. Ja. Hier runter, bitte. Kriege ich dich? Ja, zu weit entfernt. Mal wieder. Abzach! Die da... Nee. Oder? Ist doch kacke. Hm... Hm... Bringt's halt einfach gar nicht... äh... Spurten um. Ah, wobei... Wegen dich kann ich ja was machen. Fürs Erste. Hm... Das geht auf Bewegungsrate. Nö. Ah... Wir müssten... Ich muss weiter runter. Hm. Wir müssen hier weg. Aber das Modus ist weg. Nein, nicht ganz. Kann ich eigentlich dich hauen? Nicht irgendwie in die Sorte. Ah... Ah... Das war nicht so gut. Ah... Fluch brechen... Hm... Hm... Und so... Ich mach halt einfach de facto keinen Schaden dafür. Weil ich im Nachteil bin. So... Können wir... Äh... Kannst du da... Ich geh irgendwie bewegungsratig. Kann ich da irgendwie... Ja, wo ist das? Ach, da ist der Nächste. Cool. 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 Was ist jetzt mit dir? Alter, ich komm jetzt mit der Kamera hier nicht mal rauf. Hallo. Also... Ich möchte da zu dem... Kannst du mich da... Hallo? Was hab ich jetzt? Das wollte ich doch gar nicht. Ich will eigentlich nicht jetzt schon schlechter machen. Ja, nicht mal mit dem komm ich ja dahin, ne? Ziel ist zu weit in... Ah, das ist doch... Das ist doch scheiße. Guck mal. Ich... Ich... Ah, wir müssen fast Massenheilung machen. Ah, warte mal, das war diese Knolle, ne? Jetzt eine Knolle. Aber kriege ich die da auch auf? Oh. Das hat tatsächlich funktioniert. Können wir weitergehen? Und dann denke ich, wieder eine getatscht. Geil. Also ich habe auch keinen Trank mehr. Gut, er greift mich schon mal nicht mehr an. Komme ich da irgendwie? Warte mal, kommst du da rauf? Ab diesem Punkt ist es nicht erreichbar. Gut, spätestens beim nächsten ist er weg. Ne, Heilung noch nicht. Oder doch? Gut, sie kriegen Schaden. Sehr gut. Ja, ist ja klar, dass sie jetzt auf sie gehen. So, können wir jetzt bitte nach da oben fliegen? Ich möchte... Nein. Fahrt nicht gefunden. Nicht genügend Bewegungsrate. Na dann vielleicht hier hin. Ja, endlich. So. Kannst du jetzt mal... Oh, oder vielleicht schubsen? Schubsen, das Ding. Sie können nicht gewaltsam bewegt werden. Kann ich dich denn gewaltsam schlagen? Kritischer Fehlschlag. Rettungswurf ist gelungen. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Endlich. Aber der... lebt noch. Geil. 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 Was machen wir jetzt Schönes? Der hat nur noch ein. Wie könnte ich euch da oben wegkriegen? Weg ist halt unterbrochen nach da oben. Meiner weniger. Lauft das alles nicht so wie geplant. Hallach. Finally. Wegegen mal gegen euch vorab. Weg ist unterbrochen. Wie komme ich da überhaupt? Kann ich da irgendwie hin? Immer weiter nach vorne. Beziehungsweise... Wir helfen dann. Yes. Wie sieht's denn jetzt aus mit Schubsen? Sie kann nicht gewaltsam bewegt werden. Ist... Warum? Oh ja, das machen wir mal. So. Geil. Kritischer Fehlschlag. Ach, weißt du, das war... Cheat. Das war Fairkampf, aber trotzdem. Unerfallsam 3. Unterwürf und Tote mit deinem Befehl. Wo ist das Risiko? Warte mal. Lass mal helfen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so nah stehen. Scheiße. Scheiße. Ach, jetzt sind wir auf einmal da unten. Mess-Healing vielleicht. Wer kommt denn jetzt alles dazu? Warte mal, kann man das da oben entzünden? Habe ich irgendwas dabei? Ne, natürlich nicht. So, einer weniger. Gehen wir weiter runter hier. Gut. Können wir ja da runter fliegen. Wieso gehst jetzt du wieder so... Ach, du bist... Du bist kompliziert. Kann ich jetzt hier so runter fliegen? Ja. Alles klar. Dann wisch jetzt aus. Volle kann ich hier drauf. Und nochmal heilen. Gut. Ah, Feuerpfeil wird nicht so weit gehen. Aber wie sieht's denn jetzt aus mit Feuerball? Nicht genügend Beziehungsrate. Ah, wie sieht's mit dem Normalen aus zu dem Typen hier oben? Weg ist unterbrochen. Hm... Sonst irgendwas sinnvolles? Nee. Aber wir könnten uns mal verwandeln. Süß. Das ist ja meine Minzitate. Äh... Täuschungsbessige Gestalt aufgeben. Verlagern. Telepore dich und ein Ziel an eine Stelle in der Nähe... Moment einmal. Telepore dich und ein Ziel an eine Stelle in der Nähe. Reiße den Verstand des Ziels in Fetzen und hinterlasse eine Sitz-Kopie von dir. Ach so. Okay, wir bleiben erstmal so. Ach, von da drüben. Das hab ich nicht gesehen. Ganz schön zwierbillig hier drin. Ähm... Klingenbansch. Bruder, das ist Kinn. Schutzgeister. Weiß ja, ich kann... Nö. Feuerschild. Warte mal, die Donnerwoge war ja... Die war ja nur hier in der Nähe. Hm, 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 hm. Kann ich euch da treffen? Nice. Wenigstens Edge-Boss. Und nochmal mehr Sealing. Ja, das mit dem Trank ist jetzt ein bisschen doof. Kahlach. Müsste man noch gegenüber schießen. Ziel ist zu weit entfernt. Ja, echt jetzt. Muss ich da vielleicht ein bisschen näher rangehen? Übung nicht erreichbar. Geht's jetzt? Hala, das gibt's ja nicht. Na gut, weiter runter. Äh... Dann... Geh mal auf... Auf ihn da. Gut. Nicht mal bezaubert. Ist ja schön. Strahl der Übelkeit. Wait a moment. Schubsen. Cool. Äh, Fernkampf geht nicht. Dann stellt man sich mal ein bisschen weg. Wenn das gleiche nicht bei uns passiert. Ja, da sind die nächsten. Äh... Spurten. Komm halt auch nicht... Hier rüber komm ich ja auch nicht. Stark überladen. Zu weit entfernt. Hier da oben. Zu hoch. Moment, kann ich mich gar nicht normal bewegen? Spurten. Loll, warum bin ich so langsam? Ich bin stark überladen. Nein. Ah, scheiße. Ja, geil. Sie wird halt vermutlich bald sterben. Geil. Geil, geil, geil. So, wie sieht man aus? Hm, 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 hm. Ja. Nicht... Da ist mir so klar, dass hier nichts fair ablaufen wird. Ja, sehr gut. Bei dir kann ich nicht sehr viel machen. Ach, da hinten ist ja der nächste. Ah, nein, der ist da hinten reingelaufen. Gut, wir bleiben doch mal stehen. Ah, das ist scheiße, dass ich jetzt stark überladen bin. Ah, Gott. Ja, kann ich... Kann ich jetzt wirklich so noch gehen, oder geht das... Wir sind auf einer langsamen Bullenstärke. Oh, ich kann noch. Kann ich rechnen, ich will mich hier fallen. Ah. Immer noch zu weit entfernt. Ja, da oben hat es jetzt mal Kracht. Habe ich einen Tank, den ich weitergeben kann? Was bist du? Nö. Gut, weitermachen. Ja, statt von Herz hat es mal wieder erwischt. So. Geht es? Echt jetzt? Ach, Mann. Oh. Und auf... Nicht geling Bewegungsrate. Alter. Ich kann dir dazu auch nicht mal helfen. Ähm. Sterbend. Ähm. Soll ich es riskieren? 44. Schaut der noch. Eigentlich war das jetzt auch dumm, weil ich jetzt mir etwas schwach machen soll. Ein wenig unaufhaltsam. Naja. Weiter runter. So. Ähm. Klar. Wie wäre es denn mit... Nicht genügend Bewegungsrate. Ich dreh durch. Wo werfe ich die denn hin? Hm. Was mache ich? Was mache ich? Ich komme halt überall nicht hin. Alle Erinnerungen will ich jetzt eigentlich auch nicht. Bluchbrechen. Bluchbrechen. Steinhaut. Schockgriff. Ach, das ist doch alles kacke. Sag mal, Karlach. Ja, ist es irgendwie möglich, dass du da... Hm. Konnte ich da wenigstens hinspringen? Spurten. Springen. Ah. Das geht auf einmal. Oder auch nicht. Kannst du da einmal volle Konne draufhauen? Konzentration verloren. Geil. Wenigstens etwas. Geil. Progress, Leute. Progress. Zielpunkt ist nicht erreichbar. Ja, wir gehen aber trotzdem da rauf. Die anderen Gegner... Krieg ich ja nicht. Das ist ja eh nur noch er hier. Krieg ich jetzt mal Zugbänden. Kriffung ist abgeschlossen? Äh, lol. Achso, er hier oben. Ah, ja, helfen. Geile Sache. Das ging ja mal voll nach hinten los. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine Short Rest. Dankeschön. Gibt's Tränke oder sowas? Nein, natürlich nicht. Hier vielleicht. Nö. Cool. Na ja, wenigstens ein Levelaufstieg. Machen wir den mal. Wenn wir mit maximaler Kraft hier reinkommen. Stufe C. Oh. Zaubertricks. Magierhahn. Einfache Illusion. Hm. So, Spritzer. Ja. Zauber. Ich nehme nochmal dazu. Gegensauber versuche zu verhindern, dass ein Zauber gewirkt wird. Furcht ihr nicht. Gasveränderung wie Gestalt auch nicht. Ah, das, was die mit uns gemacht haben. Verlangsamen. Verschwinden. Hm. Geltekegel elementar beschwören. Klingt irgendwie witzig. Pro Zug. Oh ja. Machen wir mal. So, so. Konzert du schönes. Zwei Passiv-Manöver. Und zähnter Angriff. Hm. Find ich gut. Ja. Jut. Die Haft des... Oh. Was ist nämlich denn da? Tiger. Ja. So ist eine Stärke-Modifikate bei Angriffswürfen gegen Blutende oder Vergiftete zieht. Du bist so... Ah. Heimlichkeit. Vielfraß. Nee. Nee, eigentlich auch nicht. Naja, ich sag mal Tiger. Okay. Okay. So, Klerika. Oh, geil. Zauber-Track. Äh, was gebe ich dir? Verfügbar. Licht. Hm. Machen wir mal das. Gut. Hätten wir das. Dann wären wir hier so weiter wieder ready. Das Tier geht so weiter. Oh, bitte lass es nicht drei Stage-Prüfungen sein. Das fände ich jetzt ein bisschen uncool. Speichern. Oh, was ist so hier? Oh, dann nimmt ich mal alles mit. Keine Trinkir. Heilige. Oh. Okay. Wie wär's denn mit Gruppenverstecken? Aha. Ah. Wenn ich mich da zuerst umsehen. Sieht zumindest nicht sehr interessant aus. Was war denn da unten für eine Party? Kommen wir da runter? Ja. Also nicht anfassen. Ach ne, da war's die Falle. Wenn ich die irgendwie entschärfen. Zehn. Machen wir mit Boni. Oh, geil. Zwanzig. Überall fallen hier. Was ist, wenn ich da so ne Falle? Nee. Nee. Ich will die Falle. Angriff, Fernkampf. Äh. Wäre irgendwie zu einfach, wenn die ausgelöst wird durch das. Bitte nicht reinlaufen. Oh, eins weiter runter. Oh. Sehr praktisch. Huuuuh. Nice. Showdown. Ich glaube, verstecken. Jetzt diese rote Barriere. Hier nochmal. Ne, das wäre noch der alternative Weg gewesen. Okay. Liebe Leute, wir sind aber schon wieder an der Zeit. Ich glaube, der große Kampf wartet noch. Aber bei dem letzten Kampf habe ich mich halt unglaublich blöd angestellt. Weil es wäre garantiert besser gegangen. Also, ne, ich weiß, es wäre besser gegangen. Ich war einfach doof. Und habe nicht genau drauf geachtet. Aber wir haben es immerhin geschafft. Level up. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass da unten nicht noch eine zweite Armee mit ihr ist. Aber vermutlich schon. Sonst wäre es, glaube ich, zu einfach. Wenn es euch gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabuchler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.